Startplatz-Stipendium ist super, das hat mein Leben gerettet, mein Leben verändert. Soll ich was sagen? Ja, das Startplatz-Stipendium hat auch mein Leben verändert. Neh mal, super, super viel, kriegt unglaublich viel mit, gerade als digitales Unternehmen hat unglaublich viel Know-how aus allen Sparten, es ist viel zu früh, aber es lohnt sich. Die Möglichkeit in der Startup-Szene hier anzukommen, sich mit Leuten zu vernetzen und seinem Projekt den nächsten Schub zu geben. Die Startplatz-Stipendiaten sind immer ganz motivierte junge Leute, die wir versuchen hier im Startplatz zu unterstützen und die auch hier einen Platz bekommen und dann verschieden Networking betreiben können mit den Firmen oder Gründern, die schon hier sitzen. Es ist eine tolle Gelegenheit für alle Startups, sich hier auszulassen und einen guten Start in ihr Unternehmen zu beginnen. Ich freue mich auf das Startplatz-Stipendium, welches am 1. Oktober hier anfängt und ich würde mich insbesondere sehr freuen, wenn wir noch ein paar mehr Frauen als Gründer hier begrüßen könnten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao! Ciao!